Hallo und herzlich willkommen zu meiner weiteren South Park, der Stick of the Roof. Wir sind letztes Mal bei der City Hall stehen geblieben. Warte mal, da oben sehe ich was. Jawoll, hab's gewusst. Trotzdem würde ich hier hin. Genau, das hätte ich noch Lust. Schnackhart. Seht ein bisschen ekleischter aus. Was? Was? Äh, irgendwas wollte ich jetzt noch mal. Genau, ich wollte zur Kirche. Finde ich Jesus. Und das iPad. Na, ihr wollt das, ihr Spassen. Probier mal Schlaf. Voll heimtückisch. Dann geht auf. Was war das jetzt? Hab ich falsch rum gedreht? Ja. Ach stimmt, der hatte ja ganz... Oh du armer Nutze den Tango. Gucken was er hat. Ich hab nicht genug Pipi. Stopp dicking around. Rüstung, oh Gott. Ach komm. Aber das stirbt so schnell oder? Scheiße. Nein. Ich sterbe niemals, mein Gott. So, zack. Ich bin nur, wenn es funktioniert. Ich bin nur, wenn es funktioniert. Perfekt! Nein, aber das hat ja keine Möglichkeiten mehr. Eigentlich würde ich sagen, eigentlich kann ich nur ein Drachen und das alles kürzen. Wir können doch Pipi! Tja! Blockade! Nice! So, den habe ich schon mal. Hier scheint nichts zu sein. Hm, gib mir mal eine Kirche rein. Wir müssen ja Jesus finden und ein iPad. Das ist er! Da komm! Du hast mich gefunden! Teehihi! Nächste Mal finden Sie mich nicht so einfach! Du hast hier Jesus gefunden! Ich habe hier Jesus gefunden! Hier ist nichts! Komm mal hier! Leine der... Was? Die Jugendgröße! LOL Geist! Geist! Jeder Angriff saugt 10 TP von einem Ziel. Oh, nice! St. Petrus! Hm... Ich bin ja nicht! Trotzdem müssen wir noch was finden! Trotzdem müssen wir noch was finden! Hier ist auch nichts! Nein, ich will doch nicht raus! Wir müssen... Die Quest war doch hier oder nicht? Suche im Gebiet um die Kirche... Achso! Um die Kirche! Da geht's! Oh, guck mal! Hab ich gefunden! Du bist da! Es ist so! Es gibt nicht ein Scherröl? Oh Gott! Dann geh ich mal ein bisschen... Dadadadadadadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaada... Wir haben Informationen von einem Böhnchenrabbittin, die um die Menschenseine in der Raum zu sagen. Ich werde es mal anschauen! ich finde jesus nochmal Leute muss ich ihn nochmal finden das war ein polizei Auto kaputt noch mal ja was geht ich spreche auch gerade etwas leise so zeig dich jesus hier kann ich nichts kaputt machen jesus ist er hier da jesus gefunden jetzt hast du Zugriff auf die Schoens oh cool ja erfordert man fügbar aber nice äh nein nein da deine Angriffe fügen großen Schaden zu wenn du schwer verletzt bist bewirke wachstum oh gesundheit ja gib ich wachstum oh gesundheit ja ich bin froh dass du Gott äh äh gefunden hast mein Sohn aber das ist nicht was äh 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 liebes Tagebuch Gott das kann ich mir ja nicht mehr lesen liebes Tagebuch heute hab ich einen Freund gefunden er war wirklich nett ich hoffe er mag mich da ich deutlich einfach da das ist deutlich einfach als reden also dass mich schneller texten kann als ich reden kann jetzt wollte ich mich mal ein bisschen die obere Etage lang dann ähm gucken wir mal ein bisschen was um ob geht und dann gehen wir nach links also sprich ich guck hier mich immer schnell um und eigentlich geh ich bis dahinten Gott im wild gehts nur in zwei in den Wald und dann gehe ich bis hier hin und gehe jetzt Token da ist nichts der riecht sieht aus wie ein Pokemon ich gebe mir mal ein Tittiwok gott gott damn mongolians if you ever want some work done on your nose see dr. Tom hey no fighting in here he is about the best see dr. Tom Mangorien beef so good, oh I just love it. Oh, hello Mangorien. Shh, Mangorians are watching. They conquered me last week, act natural. Oh yeah, Mangorien beef, so tasty, right? Wow. It's not tasty at all, it's gross, don't eat it. You eat a Mangorien beef, you shit your pants for five days. Hello Mangorien. Please, you gotta help me out. The Mangorians all live like rats in the Tower of a Peace next door. I'll keep the adults occupied to here. You go top of tower and beat up all their kids. Beat up all the Mangorian kids. The Mangorians think this neighborhood is not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mangorian kids. Oh, hello Mangorians. Mangorian beef smells like a Rhino Richie's ass. Rhino Richie's ass? Oh, wow. Oh, wow. Sind Mogulen ist hier kein Mogulen. Mongolen, Mongolen. Mongolen, Mongolen. Goddamn kids. Ach halt so die Schnauze. So kann ich hier. Gehen wir mal hier, da auf Biest. Habt ihr einen oder? Ja. Well, what the heck. I'm gonna get grounded anyway. You might as well. Was? Hier hast du die Zugriff auf Beschwör... Ja, genau. Beschwörungsgesche. Kein Jesus Rosen. Nur den Wogenkranz. Guck das. Halt Schnauze. Guck mal, ob das so ist. Guck mal, ob das so ist. Aber. Krummsäbel. Das ist aber kaputt. Heitring und Geld. Wir brauchen Laternen. Das ist aber ganz hoch. Vorher mit den Knöpfen. Ey. Oh. 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 Ich bin klar, dass sie mit den Bonken angkommen. Ey, du brust. Bist du. Das tut mir leid. Kommt Christoph aus mit der Route. Mit der guten alten Route. Und der Hammer der Zerstörung. Bam! Von Goldenbogen! Nice! Was? War ich von Jesus? Leute, euer Herz ist das, in dem ersten Ort, an dem jeder schauen wird. Ich habe mich dort nicht versteckt. Vertraut mir, okay? Lüge! Sich doch so schauen. Schüsse zum Mongolen, Schatz. Ja, aber was ist das? Lammtron! Äh... Mal gucken, wegen von Goldenbogen. Oh, Stufe 3. Oh, das war so gewisser. Gehen wir weiter. Tup, 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 tup. Oh, boy, ein Dörpuzzle! Nicht mit mir, mein Freund, ich habe ich gesehen. Wir werden ihn mit Kompassion töten. Wir werden ihn mit Kompassion töten. Bis meinen Sprachenschrei! Ja, tut sie. Oh, das war zu früh. Was? Blendschuss? Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es ein Frau ist. Und was ist mein Hammer? Also, Döden von Wattas. Was? So, jetzt holen wir den Weg. Jawoll! Woll. Hey, Wiss! Ich hoffe, ich level' up! Crap. Ja, ihr könnt ja noch sprechen, der Peler. Darum hängt was. Ich sehe, ich sehe! Ach schon, bis gescheit. die heilige Tür hat sich geöffnet ja bongol bongolische Horde, oh toll das Gefühl ich habe nicht geblieben, deswegen Ja, der Zweigsklipper! Und deinen Hammer! Jawoll! Au! So, jetzt! Zack! Zack! Und... Angefangen! Da braucht man keinen Handwerpflug! Bam! Hier, friss doch mal Feuer! Jawoll! Hi, wir sind immer gut! So, geil! Das tut weh! Hier, friss meinen Zauberstab! Und der letzte Hammer auch noch! Oh, tschüss! Jawoll! Hier sieht aus, als ob das wirft da ja noch wieder! Guck mal kurz, ob das noch passiert! Naja, und ob was passiert, das sehen wir in der nächsten Folge! Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag! Und bis zum nächsten Mal! Ciao und tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020